So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO bzw. das Ausbeutevideo zum Kindwurm Community Day. Ich muss jetzt kurz mal rumdrehen, das ist wichtig. Da schreit ein Glatzkopf, da sitzt ein Blue Screen, da ist Hannes, da ist Sandra, Full House, da hinten ist das Muttertier, die haben sich hier alle versteckt. Wir waren nämlich hier C-Day spielen, Kindwurm, wir wollen jetzt ein Tasting mit dem, wie heißt das, Thomas noch machen, genau. Die Shinaya war auch da und es ist auf jeden Fall heiß, es ist heiß, es ist richtig brutal heiß. Wir sind durch die Stadt gelaufen, die Marktschreier waren da. Wenn ihr den Stream von 14 bis 15 Uhr nachträglich noch auf YouTube gucken wollt, könnt ihr das machen, dann hört ihr vielleicht auch die Marktschreier, die da auf dem Markt unterwegs waren beim Kindwurm Community Day Classic. Denn das ist ein C-Day, der war ja schon mal da, ist ein nützlicher C-Day, Kindwurm, cooles Pokémon, Bruder Lander, richtig starkes Teil, Mega Bruder Lander. Da kannst du draus machen und so weiter. Ich habe mir eine Armee, äh, Krypto Bruder Lander gebastelt, schon vor längerem. Für mich war das jetzt nicht wichtig. Da ging es ein bisschen um das Shiny, könnte man sagen. Wie viele Shinies hat wer wie wo was bekommen? Pupsi hat insgesamt, glaube ich, zwei Stück bekommen. Ich habe mehr bekommen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist ja immer unsere Challenge. Wer kriegt das Erste, das Letzte, die meisten. Und wir wollen jetzt ein bisschen auf die Ausbeute mal gucken. Ich muss aber die letzte Forschung noch abholen. Denn vom Alexander Ahringer habe ich wieder das C-Day-Ticket bekommen. Letzte Seite muss ich hier noch abholen. Das seht ihr hier nochmal silberne Sanana-Bären. Hier ist noch ein kleines Kindwurm drin mit 466 WP. Ich hatte eins dabei mit irgendwas 492 oder so. Das war richtig gut. War ein 15, 15, 12er oder so. Irgendwas fast im 500er Bereich muss es dann haben aus der Quest. Hier sind nochmal Sonderbonbons drin. Und hier kommt ein fertig entwickeltes Bruder Lander raus. So, können wir das jetzt fangen? Wann sieht man denn schon mal ein Bruder Lander-Empfangbild? Selten. Es ist auch nicht drin geblieben. Ich muss nochmal werfen. Es kriegt noch eine Sanana-Bäre. Da müssen wir nochmal curven. Es ist alles hektisch. Es ist alles schmierig. Ich werfe immerzu komplett daneben. Aber das wird schon. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir müssen das Video eh strecken auf 8 Minuten. Nein, also es kann auch mal kürzer gehen. Das war einfach fabelhaft. Und er ist drin geblieben. Das heißt, wir können ihn jetzt mal bewerten. Den zuletzt gefangenen Bruder Lander. 3 Sterne 12, 12 und 14. Das sieht gut aus. Jetzt wollen wir mal gucken, was gab es denn überhaupt als groß oder als klein. Wenn ich XXS eingebe, sehen wir hier drei ganz kleine Mini-Kindwurmen und auch ein kleines Dick da. Ihr seht auch, wenn man drauf tippt. Das ist halt wirklich relativ klein. Haben wir was Großes bekommen? Wenn wir XXL eingeben, habe ich hier ein Weilmar heute bekommen. Es ist zu spät. Weilmar Showcases waren dem Letzt. Da ist leider nichts passiert. Wenn ich nur XL eingebe, da habe ich etliche Kindwürmer hier da, die man zu Bruder Lander machen könnte, wenn man heute noch Showcase besetzen will. Aber ich habe jetzt, was habe ich denn überhaupt gesetzt? Ich habe zwei Kindwürmen und einen Bruder Lander. Und der eine Kindwurm, das ist das Größte, glaube ich, gewesen mit 600 noch was. Der andere hat über 1000. Ich hatte 800, er hat 1000. Also da kann ich nichts mehr retten, wenn ich was entwickle. Was haben wir jetzt an Shinies bekommen? Wenn ich hier mal drauf gehe, auf Alter Null und Kindwurm, habe ich während der einen Stunde, die ich gespielt habe, 188 Pokémon gefangen. Von den kleinen hier unten, wo relativ schnell ein Shiny dabei war, bis dann hier zum Schluss, wo sogar zwei Shinies auch noch nacheinander gekommen sind. Das muss wohl trotzdem mit dem Go Plus beim Essen geklickert worden sein. Wenn wir uns die Shinies direkt angucken, habe ich wie viel bekommen? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Vorhin waren es, glaube ich, 11. Das heißt, ich habe beim Essen, ohne drauf zu gucken, noch zwei Shinies wahrscheinlich bekommen. Wir hatten da auch beim Bahnhof, beim Olympus, haben wir nochmal eine Lokmodule angemacht. Haben noch eine Pizza gegessen, bevor Sheinaya dann wieder abgereist ist. Und ja, sind jetzt hier. Hat sich also gelohnt. Das meiste davon wird eh weggehauen. Wir wollen jetzt aber auch mal bewerten, dass wir gucken, was das Beste überhaupt war. Das hat 0 Sterne, das hat 1 Sterne und 15 Angriff. Das hat 2 Sterne, das hat auch nichts. Das hat 1. Das war das Höchste von der WP, vom Level her. Das habe ich dann einmal durchentwickelt. Hier wieder 0, da nochmal 0, da 1, da 2. Das ist das Beste bis jetzt. 1, nichts. Aber 0, 14, 0. Das sieht auch interessant aus. Oder hier, 3, 15, 3. Von der Verteilung her, richtig genial. Ansonsten nur Schrott dabei. Nur Schrott. Ist aber egal. Ist nicht schlimm. Gucken nochmal nach 4 Sterne. Da dürfte aber auch keins dabei gewesen sein. So, das ist was anderes. Genau. Ansonsten, wenn ich mal Bruder Landa direkt so eingebe, seht ihr hier im Prinzip die Bruder Landa Armee in Krypto. Und dann hier war eins dabei. Das ist die Koronica. Die habe ich damals getauscht bekommen. Und die möchte ich auch aufheben. Die möchte ich auch so lassen. Die ist aber nicht. Keine Mega-Entwicklung. Ich habe... War... Ne, es war noch gar nicht da, glaube ich. Seitdem ich den Habanero-Account habe, dürfte es noch keinen Bruder Landa, Mega-Bruder Landa gegeben haben. Das heißt, das ist eins, was ich mir aufhebe, um das vielleicht dann mal zur Mega-Entwicklung zu machen. Oder halt so ein Shiny. Da geht es ja eigentlich um nichts. Kannst du auch so machen. Was wir am Ende immer noch machen wollen, alles, was hier zu Hause sitzt, mal kurz antippen und versuchen einzutüten. Denn vielleicht ist hier zu Hause live noch ein Shiny dabei, was wir dann meistens für Thumbnails so machen können, weil man da den Glitzer drum sieht. Tippen also jedes nochmal kurz an. Wie fandest du den Seaday, Hannes? Ja, mal... Es war zwar dasselbe, aber eigentlich ganz okay. Das Pokémon war doch eigentlich trotzdem cool. Also, wenn sie jetzt hier, was weiß ich... Pikachu Seaday Classic, da denke ich mir so, naja, machst du vielleicht für deine Pikachu-Medaille, aber... So ein Kindwurm, so Bruder Landa-mäßig, das ist doch eigentlich nützlich. Müsste man sich freuen, es hat auch nicht geregnet. Wie war es für dich, Thomas? Ähm... Langweilig. Langweilig? Ja, ich habe genügend Hunderter, ich habe die genügend entwickelt, theoretisch, maximal noch jetzt die Krypto. Hm. Kindwurm, die man gefangen hat, zum Entwickeln für die Seaday-Tacke noch, was halt nützlich ist. Das Bruder Landa schon ein sehr guter Dracheneingreifer ist. Ja. Aber ansonsten, ich habe genügend Bombs, ich habe genügend Staub, ich habe genügend EP. An sich habe ich nichts gebraucht. Ja, anders als bei Dratini, wo man nicht unbedingt während des Seadays entwickeln muss, weil da würde man Drago Meteor kriegen und das ist jetzt nicht so cool, das möchte man trotzdem auch mit Wutanfall, kann man also jederzeit außerhalb des Seadays entwickeln. Dann musste man Kindwurm im Seaday entwickeln für Wutanfall, da möchte man kein Drago Meteor, also wer sich was aufgehoben hat oder bis zum... Ja, es sind die Classics beim Super Seaday dann auch dabei Ende des Jahres, von den Attacken her zumindest sowieso. Ja, ich glaube, das ist das, was immer die letzten 10 Minuten von der vollen Stunde erscheinen, die Classic-Pokémon nochmal. Also irgendwie so war da was, auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt was Gutes bekommen habt, entwickelt es noch im Zeitraum oder wartet ab, bis ihr es wieder mit Event-Attacke entwickeln könnt. Was anderes wollt ihr nicht machen. Mega Knackrack hatte ich an, das war Stufe 3, Mega-Entwicklung, damit eben Drachen auch geboostet ist, wenn man Bonbons machen will. Und ja, ansonsten war es das, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, glaube ich nicht. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr einen Hunderter bekommen? Habt ihr einen Shiny bekommen? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Wie lange habt ihr gespielt? Bei uns war es als wirklich die Stunde und dann ist man nur noch essen gegangen. Aber einiges hat auch das Go-Plus gemacht. Bierschanga ist zum Hyperfreund aufgestiegen. Tickkekslord, glaube ich auch. Ansonsten gab es heute so gut wie keine Level-Aufstiege. Nienl mit Superfreunden, aber keine Besten waren dabei, glaube ich. Und nur zwei Hyper. War also heute auch bei den Level-Aufstiegen ruhig. So, das war es jetzt. Mal gucken, was der nächste C-Day ist. Da gibt es ja, glaube ich, noch keine Infos, nur das Datum. Mal gucken, wie da das Wetter ist. Mal gucken, was da so abgeht. Und deswegen, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.